Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 10.12.2021. Noch nicht den Verfallsfreitag, der ist jetzt nächste Woche. Und dann nächste Woche ist nochmal großer Hexensabbat, große Verfallswoche. Die bringen in der Regel auch nochmal gut Bewegung mit sich, weil so ein Dezemberverfall, der hat schon nochmal ganz schön Würze. Der hat mit dem Septemberverfall meist dann doch die höchsten Umsätze auch. Also da ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen Action auch zu erwarten, dass nochmal ein bisschen was hin- und hergerissen wird. Und zum Donnerstag hat unser DAX ein bisschen verträumt gewirkt, ein bisschen die Faule, eine ruhige Kugel einfach geschoben. Da war nicht viel. Also dieses klassische Hin- und Hergespringe, das hat man nicht gesehen. Wir hatten gesagt, dass wir unten ein bisschen, also dass wir grundsätzlich unsere Menschen ein bisschen aufziehen müssen, auch nach unten aufziehen müssen, eben dass die 700 da jetzt an Wichtigkeit verliert. Hatten gesagt, dass er da bis der 6.50 da noch rum kann. Und dort war es dann wichtig, wie er dann auch per Stundenschluss damit umgeht, ob er dort wieder stark nach oben gerissen wird und so weiter und so fort. Und ihr habt das ja gesehen, der ist eigentlich genau dort. Der hat er den ganzen restlichen Nachmittag verbracht. Und immer mal wieder eine Stundenkerze drunter und drüber und drunter. Da dachte ich mir schon so, naja, hättest du es manchmal im Video so laut betont. Aber da hat sich wirklich die ganze Zeit dann ausgebummelt. Und zum Abend sogar nochmal noch nicht tiefgerissen. Also keine Umkehr, kein typisches wieder zurückschlagen, kein hin und her. Das hat er Intraday einfach ein bisschen, also Intraday hat man es gesehen, gerade früh. Der ist dann nochmal gut hin und her gesprungen. Aber eben auch da nicht mal bis zu 800 hoch. Also sehr verhalten, gewissen sehr ruhig, sehr kontrolliert. Da muss man allerdings sagen, so ruhig und kontrolliert ist eigentlich eher, um positiv zu werden. Das ist häufig in der Abfolge, meist bevor wieder Dynamik nach oben aufkommt. Das muss man schon sagen. So zu viel Ruhe ist gar nicht gut. Also wenn man den Dax unten haben will, weil es eher dafür sorgt, dass der sich dann irgendwann wieder auftritt. Und dann fängt er wieder an, so eine fetten Kerzen zu zimmern, wie hier. Und dann steht er halt auch mit einer Kerze bei 800 und mit der nächsten schon bei 940. Und dann ist der in zwei, drei Stunden wieder hier oben. Deswegen ist es nicht für die, die eine Tiefe haben wollen, nicht ganz so optimal, dass es so ruhig ist. Aber muss dann halt auch erst mal nach oben anziehen. Und solange wir das jetzt hier noch nicht drin haben, würde ich jetzt im Fall hier erst mal noch weiter einen Vorlauf lassen, den wir auch schon reingesetzt haben. Den haben wir schon am Dienstagabend reingesetzt für den Mittwoch. Ich habe mir schon gesagt, dass da durchaus ein Rücklauf auch zu erwarten wäre, ohne dass vielleicht erst mal das Gelb zugeht. Ihr erinnert euch. Und wir hatten gesagt, dass hier der Bereich um 550 bis 500 ganz interessant ist. Wir hatten gesagt, nicht ganz die 500. Es reicht auch so eine 530, 520. Das würde vollkommen reichen. Und da kann der Dax halt auch durchaus wieder richtig kräftig nach oben schlagen und hier wirklich, wirklich, wirklich Raketen nach oben starten. Das heißt, wir sollten jetzt zum Freitag einen schwachen Start sehen und der dreht sich schon ziemlich zeitig so. Also schon knapp um die Xetra-Eröffnung rum, dann wieder nach oben auf. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn er dann Antrieb nach oben entwickelt, weil der kann dann wirklich bis zum Tagesende hochlaufen und im Zweifel rennt er dann bis an die 202-Stunden-Linie wieder dran. Also im Bereich um 15, 8, 30. Da muss man schon wirklich ein bisschen genauer hingucken und sollte sich nicht zu sehr dann gegenstellen, wenn dann Dynamik reinkommt. Zeigt aber keine Dynamik nach oben und putzelt einfach so weiter, wie das jetzt am Donnerstag der Fall war. Dann geht das Stückchen weiter dann auch noch bis runter an die 410 halt, in den Gap-Close rein. Ich glaube, das macht er auch nicht so einfach. Genauso nicht einfach, wie er es oben gemacht hat. Würde bestimmt hier vorher hochziehen oder zumindest mal anziehen im Bereich um spätestens 520 bis 490. Aber grundsätzlich die Zone ist 555 bis 500. Da würde ich einfach ein bisschen aufpassen, wenn er nach oben anzieht. Und ansonsten den Gap-Close trotzdem ein bisschen im Blick behalten, dass man da nicht zu überrumpeltern wird, wenn er dann doch wieder plötzlich bei 410 steht. An sich ist es nicht ungewöhnlich, auch trotz des starken Anstiegs. Das ist auch jetzt für die, die jetzt hier mit Weihnachtsrallye und sowas unterwegs sind, ist es auch nicht schlimm. Weil das ist einfach nur natürlich, dass er auf so eine dynamische Aufwärtsbewegung erstmal ein bisschen Tempo rausnimmt, ein bisschen abbaut, auch ein bisschen zurück korrigiert. Das ist ganz normal. Das muss jetzt hier erstmal noch gar nichts sagen. Wichtig wird er tatsächlich, wie verhält er sich in dem Bereich. Hier sollte er halt dann auch wirklich eine Drehung hinkriegen, wenn er uns denn hier nach oben rausrennen will. Weil wenn er, ich sag mal, wenn er durch den Bereich hier nach unten durchfällt, dann steht er auch wieder an der 200-Tag-Linie, unter der 200-Tag-Linie. Und ich sag mal, wenn dann wieder so ein 150-Punkte-Gap nach unten kommt, dann ist auch schlagartig das Bild wieder brutal negativ. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das wisst ihr. Also deswegen, wir gucken mal, wie er sich jetzt hier verhält. An sich ist jetzt, er hat ja hier schon deutlich nach oben geschlagen, er kommt recht ruhig zurück. Das spricht schon ein bisschen dafür, dass er nach oben nochmal anziehen kann. Ich würde ihn in den Raum jetzt erstmal noch lassen. Und ich würde auch keinen Long handeln, bevor da nicht richtig Pfeffer reinkommt halt. Wenn er sich im Zweifel da nur einfach runterklickern lässt, dann ist man besser beraten, wenn man wahrscheinlich mitgeht dann halt. Und noch in die Ziele reingeht hier, 4.10. Und den Bereich um 555, die sind jetzt interessant zum Freitag schon. Okay, ja, ansonsten im Tagesschart hatten wir gestern die erste rote Tagesskatze wieder, nach dem Gefauche hier und Geschnauber. Die hat jetzt erstmal eine weitere rote Tagesskatze weggedrückt, auch wieder vom mittleren Band. Also das sieht schon interessanter aus. Wir nähern uns langsam wieder der 200-Tag-Linie. Die ist auch nicht mehr so weit weg, die liegt jetzt hier um 4.50 rum, also ein bisschen oberhalb von dem Gap-Close. Auch das könnte natürlich dann einen möglichen Gap-Close ausbremsen. Sollte man mit dem Hinterkopf behalten, dass die jetzt hier um 4.50, 4.60 rumliegt. Und ja, alles was dann tiefer als das geht, das ist halt auch schon wieder aus der Perspektive ein bisschen negativ. Also der ist ja durch, das hat er gemacht. Hier hochgezogen, das ist okay. Und schieben das mal ein bisschen zur Seite. Und ja, neue Pfeile kann man noch nicht setzen. Der bleibt da gültig, der bleibt gültig, das ist wichtig. Also wenn er hier unten rausschießt, dann wird es schon ein bisschen interessant. Also, okay, gut. Zusammenfassend, also Start beachten, wie kommt der rein? Wie startet der Xetra? Ein bisschen tiefer darf eröffnen, das wäre kein Thema. Von 50, 5.20 gerne, da ist es nicht verboten. Es ist auch nicht negativ zu werten, das wäre sogar für einen Bull Run positiv. Aber wenn er vorher nochmal ein bisschen unten bereinigt, sich dann auftreten, nach oben rausstreckt. Also da würde ich wirklich früh einfach schon aufpassen. Und wenn ihr es schon merkt, so 11 Uhr, 12 Uhr, da ist nichts mit auftreten. Der ist einfach nur schwach. Glaube ich auch nicht, dass das den Amerikanern gelingt. Das Ding da nochmal hochzutreten, dann wird er bestimmt runter Richtung Gap-Close dann weiter abhammeln. Und von daher kann man das jetzt hier zumachen, brauchen wir nicht länger drum herumkreiseln. Wünsche euch viel Erfolg zum Freitag, gutes Gelingen, schönes Wochenende schon mal. Und dann hören wir uns am Sonntagabend wieder mit dem Video für den Montag dann. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.